auf youtube die dann alle sich beklagen werden aber leute ist mir leid eure eure logik macht keinen sinn im story sie hat die gebrauchserweise durch gelesen der helf ist zu groß weil ihre nase nicht so groß ist wie obozas ja vor allem ist das voll klein der kreis das ding das war aus hat ein schleifchen auf der stirn das habe ich vorhin gar nicht gesehen dass ich jetzt erst ihr kreis bleibt klein aber die musik feiere ich allein deswegen lohnt es schon ich finde generell die boss ideen echt cool also also jetzt beschleunigt sie anscheinend aber es ist trotzdem lang wie eine ente oder fahr ich einfach scheiße ich finde die ideen halt einfach einmal auf dem wasser einmal in der luft dann auf dem sand und so für ich bin die boss dinge hier schön gemacht trotzdem macht es keinen sinn sorry sorry boys und girls jetzt hat sie nicht beschleunigt oder bin ich blöd und jetzt ist die blöde schneller jetzt bin ich vielleicht in meiner nähe und dann sagt sie mir schon in ihrer nähe bleiben also ich kann ich habe ja keine geschwindigkeit dazwischen entweder bin ich zu langsam oder flänzen die frau nutzen wir die schaffe ja aber ich bin immer hier hinten ja das ist scheiße warum weil sobald sie eine kurse fährt bin ich draußen und ich habe meistens die grüße wenn der blitz kommt also es ist dämlich so und jetzt ist aber zacki lock auf lock du hast keinen schuss keine bombe ich habe es gerade gesehen du hast die bessie hier ich bin nicht im preis ich bin im preis uff sagt sie du hast ein walross ein bisschen gedamaged ja das war super knapp das war super duper knibbel 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 ich habe keine Zeit zu warten auf die olle ich hab mich nicht ich hab mich nicht ich hab dich das waren alle danke hey da Toni wacke ich grüß dich gefreezed nice vielen dank für die vier vier körperl ich grüße dein herz vielen dank für die vier körperl Oh, es hat sich hingelegt. Nice. Süß. Wie der ist das bei mir? Boah, danke. Der Rest liegt an dir. Danke, dass du so geholfen hast. Ich mag die Kapuze. Like, es ist ihnen zufrieden. Hey, steh nicht wieder auf. Warte, bis ich oben bin. Bin ich oben? Bin ich schon oben? Jetzt weiß ich, warum ich den Helm tragen wollte. Ja, um diese Katzin zu bekommen. Dann ihr Haar zu schwingen. Link, ich zähle auf dich. Ja. Scooby, grüß dich. Schön, dich zu sehen, mein Guy. Hoffe, er hat bisher einen schönen Stream. Ich hatte bisher einen anstrengenden Stream. So, weil dir die Story nicht gefällt, ist es ja nicht automatisch, dass es keinen Sinn macht. Es ist halt ein heiliger Helm der Gerude und den darf nur sie benutzen. Mehr ist es halt auch nicht. Ja, Paperboy. Komm, oute dich nicht als Superfan, Boy. Man darf doch mal Logik kritisieren. Ich werde beim ersten Run direkt zu Nabores und ohne Ahnung an den Fluch fast verzweifelt. Zeit für eine Wette. Okay. Ich bin gespannt. Oh, man sieht die Beine sich bewegen. Das finde ich nice. Oh, was? Das ist cool. Oh, sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Oh, Bosa grüßt dich. Dein Volk ist anstrengend. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Oder besser. Ich wette, du willst Nabores Ganons Kontrolle entreißen, oder? Mhm. Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Okay. Ich sage ja nicht, dass es eine Superstory ist. Ja, um die Story geht es ja gar nicht. So, es ist, äh... Dieser eine Punkt der Logik ist irgendwie... Wenn man nicht erklärt, warum jetzt nur die Olle den Helm tragen kann und nicht einfach linkt, dann muss man halt damit rechnen, dass man diese Fragen stellt, so. Dann muss man halt irgendwie... Ich weiß nicht. Und tschüss. Macht halt keinen Sinn. Wenn man es erklären würde, dann vielleicht. Vielleicht haben wir die Erklärung aber auch einfach nicht gehört. Aber, ich meine, man darf ja auch mal ein bisschen Trashto. Zelda ist ja sowieso ein Spiel, was... Ne, Breath of... Ich würde sagen, Breath of the Wild ist sowieso ein Spiel, was mit Mario 64... Ich würde sagen, mithalten kann. So vom... Ne? Vom Legenden-Status her. Man darf ja auch mal gute Spiele ein bisschen hops nehmen. Und ich denke nicht, dass die Story von Zelda das ist, was das gute Spiel ausmacht, sondern... Das Gameplay. Und solche Mechanics gehören halt zum Gameplay. Aber, wenn man sie mit der Story erklären könnte, wäre es natürlich noch lustig. Nice. Die schwebt auch. Und irgendwie gehe ich davon aus, muss ich die neigen oder was auch immer, damit die herkommt. Weil, wenn ich die abschieße, landet die da unten. Hm? Ich muss die erste abschießen, damit die hier ganz, ganz schnell nicht looten. Aber, irgendwie... Was ist das? Brauche ich hier auch Poppenpfeile? Damit sich was tut? Ne? Das erinnert mich an die Spongebob-Folge mit dem Seebärenkreis. Da mussten sie auch einen Kreis vor sich dem Seebären schützen. Kann ich klettern? Kann ich, please? No. Deshalb finde ich, dass es zu wenig Story ist. Hm? Ich weiß nicht. Ich finde, Breath of the Wild macht so ein bisschen den Dark Souls-Move, indem sie nicht viel erklären und die Spiele einfach spielen lassen. Und das finde ich auch schön. Das muss nicht immer vollgepumpt sein mit Zwischensequenzen und Storys. Das ist das Ding, was ich erst zuletzt... Das ist das Ding, was ich erst zuletzt aktivieren muss. Hier kann ich runtergucken. Ne, hier kann ich rausgehen. Moin. Komm her. Schlag mich. Schlag mich nochmal. Oh, schlag mich nochmal. Oh, Mann, ich bin dieser. So. Ready moment. Und wie gesagt, vielleicht gibt's, oder wahrscheinlich gibt's für 99% für den Trash Talk sowieso eine Erklärung. Genau das wie mit den Gerudos und wir sind einfach ignorante Bitches, die die Lore von Zelda nicht kennen. Aber das ist ja witzig. Genau das ist ja witzig. Ein bisschen Trash Talken, obwohl man selbst keine Ahnung hat. Da komm ich niemals um, wenn man das schafft hat. Klar. Nee. Das schaff ich nicht. Zulisch. Nee. Gut, ich hab's geschafft. Ja, es hat glücklich. Ich wahrscheinlich schmack nicht, die die Siegung zu Gott, die Truhe. Wow. Ja, aber ich. Ich. Nein, die Gefäder, die ich jetzt zu Tausenden habe. Aber jetzt, äh... Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. So, hier hoch. dann bitte einmal rechts abbiegen Waffe drücken ja vielleicht nicht das komm wir machen den da mit komm her du Sohn schlag mich mal hier sind wir zu langsam so hier geht's lang was gibt's hier nichts du hast damals 2 Stunden an dem Ding ja ich verabschiede mich dann einfach irgendwann mal ihr könnt ja dann noch mit Foxy hier ein bisschen ich muss hier rüber und hoffe dass ich hier hochkomme ja und da ist doch das Ding was ich will ein bisschen rumbacken 12 Stunden Stream nee nee so lange brauche ich jetzt nicht für den Titan wie lange hast du für den Titan gebraucht weißt du das keine Ahnung ehrlich jetzt ich weiß nicht Foxy ich habe dieses Spiel vor 6 Jahren gespielt gut wisst ihr es noch wie lange gebraucht hat du hast die Karte dieses Titanen erhalten gut gemacht sieh sie dir einmal an die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel die die Steuerung von Warnabores regeln um Nabores zurückzuerobern ist es notwendig alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen ich glaube der Chat droll durch 12 Stunden das wird sicher nicht einfach aber wenn einer es schaffen kann dann du okay ich will jetzt wissen was das macht kann ich die Truhe runterhauen ich stehe jetzt wo da wo der gelbe Punkt ist ah und ich ah ja du kannst den Bauch in den Raum ja ja ich habe das besorgt oh habe ich gerade gedreht das oh ich habe versehentlich irgendwas eingestellt das wollte ich eigentlich nicht was versehentlich was eingestellt du hast zwei ganze Digga ja ich wollte die nicht drehen ich wusste nicht dass ich da schon was gedrückt habe aber ich habe da was gedrückt dann dreh die halt zurück wie habe ich denn jetzt gedreht scheiße da wo das grüne ist muss es oben sein damit es in der Mitte ist ah ah ja so ist alles bitte ruhig wir warten mal so was am Anfang ja genau okay I see ja ähm ist es wirklich so ich komme ja von da unten jetzt bin ich oben ja was ist das hier mein Mechanismus Moment ich muss gucken was mache ich mit dem Mechanismus ich kann ja auch noch irgendwas tun warum kann man hier so viel tun an dem Vieh was ist wenn ich das mache und das und was hält das Ding das war nicht ganz krön ich habe jetzt zugemacht ja du hast die Energie weiter gelenkt wenn du das jetzt weg machst klappt es wieder runter ich glaube das war richtig vielleicht zu zeitig ich weiß es ja nicht irgendwas habe ich jetzt gemacht aber wenn ich jetzt den Bauch dreh ist das doch alles wieder auf den Arsch oder oder bin ich lost nicht unbedingt so wie komme ich denn da zu der Trohe macht ja gar keinen Sinn da komme ich ja gar nicht hoch oh doch warte mal kann ich hier drauf und dann kann ich hier rein und dann kann ich hier irgendwie nicht zu drohe geil kann ich hier irgendwie zu drohe ja okay Bombenpfeil immer nice danke schon geil hier auf dem Ding vor allem man sieht es einfach bewegen wie cool ist das ich reite einfach ein Kamin ein riesen Kamin geh mal außen rum ich geh andere Seite andere Seite da ist kein Weg ich möchte da nicht landen geh mal außen rum ich geh mal außen ich bin nicht froh weil wegen dir du brauchst ich kann da landen ja auf dem Schwanz soll ich das machen probier mal ich probier das mal probier es mal mit dem kleinen Schwanz mit Ruhe und dem kleinen Schwanz dann kannst du in das hinterteil wieder rein und wenn du dann wieder unten bist dann kannst du dem ins Mäulchen schießen oder ins Auge BAM gefällt mir irgendwie nicht so da ist so mit kleinen Schwänzen ne ich da nicht so drauf oh kann ich hier hochfahren hui oh da komm ich doch oben irgendwo raus da kam doch hier gleich ne Tür ja yeah ah ja hier kann ich auch Dinge tun was ist das ein Ding ein hier kann ich hier kannst du tun hier kann ich drehen wer weiß drehe ich nie jetzt hab ich nichts gemacht hey ich hör was dass ich was tue aber ich seh nix das ist irgendwie so äh old school äh also auf dem Kopf gibt's was okay die ersten Spiele god of war vibes mit diesen drehbaren dingern falle ich hier runter kann Link hier Link kann sich nicht da festhalten das war ja wieder okay okay kann ich cheat hier rumbacken geil was hier hoch danke Foxy du hast auch ne Fähigkeit mit der du äh fliegen kannst ja aber scheiße was denn das was ich brauche oh unten dran shit wo ist denn das hier einfach nur ein Zeichen hast ne Fähigkeit mit der du einfach fliegen kannst aber ich will doch gar nicht hochfliegen ja aber du kannst dann halt drüber da verschwende ich die Obo das Flo ich danke dir für die 13 Monate kann das sein dass ich den Kopf irgendwie anheben muss so macht das gar keinen Sinn ich muss im Inneren da landen ich komme da ja bestimmt jetzt nicht runter da ist doch bestimmt nichts wo ich hinkann oder? äh kann ich hier rein? nee warte ich muss das noch was machen hoi ii da oben ist ja viel schleim ich habe noch kein also kann ich mehr ich muss mich mal ein bisschen nah dran also das ist auch kein aha okay warte mal der muss oben sein hä wie wird das nicht wie wird das nicht wie wird das drei da hinten? da stopp kann ich den freezen? also so nee wie behalte ich das jetzt? das genau willst du nicht ich will dass er da stehen bleibt müssen wir ja bestimmt beide an sein oder nicht oder geht das für jetzt unterschiedliche Dinge ich check's mal ach so das geht weil ich verlichte mich nicht ich verstehe zack ah ja das ist mein lift nach oben ich fahr da jetzt mal alleine und muss die dinge wieder bewegen bitte fahr mal alleine danke ja da ist grad mal eins hoch springen ich kann nicht mehr hey du hast doch nur einmal verwendet ja ich hatte auch nur noch einmal ich hätte jetzt vielleicht mal eher drücken sollen uff ja das könnte ich jetzt hier rein das wäre geil ich kann nicht cheaten schade dauert halt jetzt keine ahnung wie lang ne ja ich kann da sowieso nicht rein muss das auch und wenn du ihn ins Auge triffst dann mache ich der ganze Schleim da Schleim und nicht hier rechts ist auch gleich eins sehe ich gerade ich bin ja das gelbe ne rechts ist irgendwo eins hier nicht vergessen da mache ich erstmal was hier Angst tausend als ob ich jetzt nochmal sterbe so ey warum hast du denn was gegessen wenn das Angsthasen sind und du nicht mehr schluck scheiße ey mit dem Rivali ding könnte ich so was von cheaten die ganze zeit ja was heißt cheaten wo hast du das bekommen komm ja Rivali mach mal Auge jetzt du kannst den Scheiß ich steh in der Mitte oh shit fuck nicht so nee was hä ich kann nur eine ich kann nur eins klicken toll moin du bleib doch einfach da wo ist das Problem du musst die Logik verstehe ja und dann ja jetzt kann es rüber ja ist ja gut oh 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 ja mein Gott da fühlt er sich wieder wie der King aneigen weißt du das Ding ist ich will dir nur helfen ach komm wenn er einmal recht hatte sieah 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 b rage die die sieh a nicht Хорошо Philipp Und wenn der Königsbogen kickt. Wen soll ich raushauen? Hast du nicht Königsbogen da oben rechts? Ja, aber ich will die Turren holen. Ja, dann hau doch Königsbogen weg. Den Eckzollbogen kann ich mir auch schon mitnehmen, aber der Königsbogen ist bisschen stärker. So. Ähm. Theoretisch müsste ich da hoch. Äh. Du müsstest mal in die zwei Bubz rein. Ja. Oh. 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 Theoretisch. Oh. Der reicht nicht. Je nachdem. Ob es eine Öffnung links oder rechts hat und wenn nicht, dann musst du es auf die Seite packen. Ich kann auch einfach, wenn ich jetzt links stehe, bin ich oben. Wenn ich jetzt nach oben fahre. Ne. Dann kommst du aber nicht rein. Dann komm ich nicht rein. Dann komm ich nicht rein. Geh mal runter und guck, ob da eine Öffnung ist. Und wenn nicht, dann musst du das auf die Seite packen. Und dann von der Seite, oblai, da rein. Also, jetzt packst du das Loch an die Magenwand. An die Bauchwand. An die Bauchwand. Was? Das Loch. Das Loch. Das Loch. Guck dich mal um. Rechts und links. Hast du ein Loch in der Wand? Hier oder oben? Nein. Nein. Rechts und links. Nicht gerade. Hoch. Gucken. So. Okay. Da ist kein Loch. Beziehungsweise du siehst es nicht, weil der Ring ist. Du musst gucken, ob du ein Loch an der Außenwand des Bauches hast. Wo du dann in dieses Ding rein kannst. Dreh das einfach einmal. Und jetzt. Genau. Stellst du dich drauf. Nein. Nicht so. Jetzt. Nein. Das meine ich nicht. Nein. Guck mal, ob jetzt da durch das Gitter, ob da jetzt ein Loch ist in der Bauchwand. Wo du in diesen Kasten rein kannst. Von außen. Ja. Da. Falls ja, dann gehst du von außen da rundherum. Und dann rein. Und dann drehst du es. Und dann kannst du hoch. Schaff ich das? Nee. Du verschwindest. Der ist so schnell wieder aufgemacht. Mhm. Und jetzt machst du es nochmal. Was? Du brauchst einen, um den Weg zu kommen dann, ne? Ja! Just saying. Der lädt sich ja ultra schnell wieder auf. Ja. Geht so, ne? Geht so. So. Jetzt bist du in dem Kasten. Mit ekligem Zeug. Ah. Genau. Jetzt schießt du das Auge weg. Und dann drehst du es. Beziehungsweise. Wo siehst du ein Auge? Ja, whatever. Dreh das Teil. Einmal. Gut. Was hast du denn hier das Teil? Müssen ja nur 6 Min warten. 6 Min ist wirklich nicht viel. Ja, wenn du den letzten getrockt hast. Ja, aber trotzdem. 3 Kontrollziegel fehlen noch. Bitte halte durch. So, jetzt musst du gucken, ob du rauf in die Titte kommst. Äh, in den Beudel. Hör komm. Hör komm. Ja. Warum? Ja, ich denke, ich soll komm, ob du ein Loch kommst. Ich bin doch jetzt im Loch. Nee, du musst gucken, ob du von da aus in den Höcker fliegen kannst. Mit Revali. Ach so. Aber da komm ich doch gar nicht raus. Weiß nicht. Du hast hier ein Loch. Weiß ja nicht, ob du das kannst. Deswegen hättest du jetzt nachgucken sollen, ob oben ein Loch drin ist. Dauer. Ich bin in die Kaste gelaufen. So, jetzt nochmal. Das ist das, wo ich herkomme. Nein, nein, nein. Ja. Genau. Einmal. Und dann guckst du gegen oben, ob dein Loch ist. Falls ja. Hättest du, könntest du da... Ah nein. Okay. Das ist versperrt. Okay. Dann nehmen wir mal. Dann können wir dann raus. Weil wenn es nicht versperrt gewesen wäre, hättest du in den Höcker fliegen können mit Revali. Das ist ein anderer gesperrt hier. Oh je. Hier kann ich auch nicht raus. Auf Gottes Willen. Ja, ja. Du musst einfach da, wo du herkommst. Ja, ja. Ich muss da, wo ich herkomme. Ich höre ihn ja, ne? Ja. Schöne Außensteine. So. Direkt über mir wäre was? Ja, flieg mal hoch. Da oben. Flieg da mal hoch. Ja. Dann hast du den letzten Sturm verbraucht. Dann spawnt der. Das ist aber nicht ganz oben. Mhm. Aber hier habe ich ein Ding jetzt. Ist der neu? Ja. Ah ja, guck mal. Immer dieses Gegrülle. Ja. Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiegel vor dir. Behalte einen kühlen Kopf. So. Jetzt habe ich ja wieder keinen Revali mehr. Ah, guck mal. Hier ist so ein Dingens. Umens. Das muss ich auch irgendwie aktivieren. Das heißt, ich brauche da... Aha! Ja, man muss das in der Mitte drehen. Mhm. Ja. Das ist ja wieder das Stromding. Das ist ja das, was immer stöhnt. Ah. Das geht ja zu, wenn du das gerade hast. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich verstehe. Das ist auch das, was du auf der Karte siehst, was jetzt unten ist. Ja, ich sehe es gerade. Das Grüne, ne? Genau. Mhm. Wenn ich das aber in der Mitte drehe, was passiert mit den Dingern da? Da muss ja irgendwo ein Loch kommen. Ich würde mal... Geh mal zum Kopf. Und dann stehst du da drauf. Und dann machst du's und dann... Der Kopf ist hier. Ja, dann halt auf dem Schwanz oder was auch immer das ist. Ist ja wurscht. Ende ist Ende. Seführer sollten mir so auf den Schwanz gehen. Da komme ich nicht rüber. Doch. Ja, los. Wenn ich da hinfliege. Ja, ja. Einfach rüber. So, ich bin auf dem Schwanz. Nein, bist du nicht. Ja, der ist da ganz außen. Ja. Dann... Yalla. Genau. Die Plattform hier. Jetzt. Und jetzt drehen, oder was? In die Mitte drehen. Zweimal. Gut. Und jetzt einfach rüber. Das ist das Auge. Achtung. Echt. Das ist das Auge. Ja. Äh. Rivali ist halt jetzt aufgebrochen. Kann ich mich im Wurst sein? Ist ja nicht mal weggegangen. Ja. Man kann die nur von vorne dingseln, oder was? Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, dass du jetzt, äh, das nochmal machen kannst. Dreh den schnell viermal. Damit das weg geht? Ja. Damit du wieder hoch kommst. Achso. Ja. Ja. Du musst... Okay. Jetzt noch dreimal. Nein. Nochmal. Ja. Gut. Jetzt gehst du wieder da runter. Schnell. Ich verstehe. Nein, 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 nein. Du... Das passt alles. Nix machen. Das ist ja schon am drehen. Am rotieren. So war's, ne? Ja. Doch, klar. Dass man Geduld hat. Was mich interessiert... Ich kann das auch nicht von hier schließen. Guck mal von unten. Guck mal unten. Unter der Brücke ist auch nochmal ein Eingang irgendwie. gewesen. Da ist ne Plattform. Du bist genau... Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Weil du... 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 bist ganz runtergefallen. Nice. Ich wollte eigentlich nur über die Kante gucken. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ja. Und vielleicht ist eben etwas in der Mitte. Weißt du noch? Weil da ist auch Schleim. Das Auge von drinnen kaputt machen sollen. Ich weiß nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass da noch was ist. So. Ja, aber das geht auch nicht. Ja. Das Auge muss ja aufgehen. Geh mal zu dem Auge hin. Ui. Warum sagst du mir das nicht eher? Warum sagst du erst nicht so in die Mitte? Hä? Stattdessen lässt du mich nur fünfmal runterfallen. Ich glaube, ich hätte links unten klettern können. Jawohl. Das wäre auch unten gegangen übrigens, wo ich runtergefallen bin. Da war nämlich so ein Ding. Aber das Ding ist ja gar nicht aktiviert. Doch. Ist ein Lift jetzt. Aber das leuchtet ja noch. Rot. Geh mal zurück. Ein bisschen. Ein Stück. Achso. Das drehen meine ich. Ne, es ist ja aktiviert. Ja, aber eigentlich müsste es doch blau leuchten, oder? Habe ich mir jetzt verpasst. Huch. Scheiße. Ich glaube, aktiviert ist aktiviert, oder? Kannst du es nochmal drehen, aber. Der stört mich jetzt. Kommt er nicht rüber, oder? Kommt schon rüber, oder? Ist ein bisschen schade. Oder du benutzt Revali. Okay, da ist einer, der die ganze Zeit fährt. Irgendwie muss ich auch das Zeug da hier rüber bringen. Da. Ähm. Genau. Guck dich mal da unten ein bisschen um. Weil der Fahrschule ist ja nicht umsonst, ne? Jaja. Also, unten, meine ich. Ganz unten? Ja. Stell dich auf den Fahrschule. Genau. Ruhe. Und hier ist wahrscheinlich noch ein Auge, was dann den Gang öffnet, den wir gesehen haben. Die Frage ist, wo ist denn das Auge? Hier. Schau. Das Augelein. Hof hat's gemacht. Da war das Ding offen, ne? Was ist das jetzt hier? Das ist der Schwanz, da wo du runtergefallen bist. Aha. Aha. Okay. Hier sind auch irgendwelche Kollegen, die ich jetzt aufmachen muss. Oh, das wird nichts. Oh, das wird nichts. Das ist eine Ruhe ohne Kugel. Genau. Krügerli. Krügerli. Die hätte ich auch magnetisieren können, das ist nicht hier. Okay. Die Kugel kannst du wahrscheinlich auch magnetisieren. Magnetilosieren. Die Frage ist, man muss nie hin? Ja, irgendwo. Wo? Aber wo? Muss ja irgendwas irgendwo irgendwo irgendwo... Ich muss nicht durch diesen ganzen Scheiß Titan... Wo? Tragen. Wollte ich sagen. Tragen. 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 Verpassen. Ja, einfach mal auf die Plattform holen. Bruder. Also jetzt kommt er zu mir. Link, bleib bei mir. Bleib in meiner Nähe. Der Flashback. So. Und jetzt nimm ich jetzt mit das Krügerli. Wohin? Hierhin. Oha. Ahja. Soll ich die hier lassen? Ne. Mitnehmen? Ja. Ah wow. Achso, ja. Ne? Ja. Ah wow. Bin ich schon drüben? Ne? Ich seh's halt nicht. Moment. Wieso mich drehen? Auf. Noch nicht. Nicht ganz. Wieso? Oh Gott. Moment. Sohn. Ich hab' dich noch getroffen. Ja schon. Oh Gott. Moment. Er hat sich geduckt. Hast du gesehen? Nimm mich! Mit. Bitte nicht runterfallen, danke. Hier ist irgendwo ein Arschloch. Ah, hier unten. Oh, ich musste... Der Vorletzte, ich hab... Warte mal, dann hab ich ja alle, dann muss ich doch bloß noch den Dicken, oder? Nur noch ein Kontrollsiegel. Es fehlt nicht mehr viel. Nee, doch nicht. Doch, das ist doch der Dicke, oder? Im Bauch. Der Letzte. Warte mal. Oder? Ja, fahr mal hoch, fahr mal runter, dann weißt du, was oben ist und was unten ist. Das Auge in der Ecke. Ah ja, ich wette, du musst die Kugel irgendwo oben hinballern, damit unten das Tor kommt. Damit unten was... Fährt das Ding jetzt hoch? Ah, da hinten, oder? Nee. Kamst nur grad her. Ach so. Ja, hier ist noch ne Kugel. Oh, noch ne Kugel. Ah, nicht. Oh Gott. Muss die unten hin jetzt doch die Kugel und eine oben? Kann das vielleicht sein, wenn zwei sind? Oder sollte ich die vielleicht gar nicht mitnehmen? Ich würde einfach oben mal fertig abkommen. Müll würde ich hier lassen. Ach, die hat Stoff hier unten. Oh dann. Hm. Okay. Ich glaube nicht, dass ich mein Dach habe, oder? So, einfach mal da hin. Ah, das... Die Truhe hast du schon geöffnet. Okay, verstehe. Aber was mach ich jetzt? Was brauchen wir jetzt hier ne Kugel? Hä? Ich bin eigentlich durch, oder? Ist doch nichts mehr. Scheinbar, ja. Vielleicht brauchst du die für die Mitte. Die beiden Kugeln. Ja. Okay. Oh, nice. Danke. Ah ne, das ist die andere. Link, geh doch die... Du wirst wohl diese dreckige Stufe hochlaufen können. Geh doch einfach runter. Ich verstehe nicht, was deine Mission ist gerade. Du kannst einfach den Lift runter. Ich denk da rüber, die Kugel. Warum? Wozu? Ja, warum sind die Kugeln da noch da? Damit du vielleicht unten das Tor öffnen kannst. Warum muss ich das Tor öffnen, wenn ich in der Mitte das von alleine bewegen kann? Was? Was machst du? Okay. Jetzt hast du einen Lift. Ach, das ist für hier. Okay. Ja, also das ist alles für hier. Weil das letzte Ding kann ich ja einfach so aktivieren. Das ist ja in der Mitte. Dann geh ich einfach hin und dann bin ich durch. Okay. Dann geht er hin. Und da ist ja gar nichts zum Aktivieren. Ja, aber hier hast du halt noch ne Tür, die zu ist. Hätte man aufmachen können. Mit leicht ein bisschen Strom. Von einer Kugel. Dann hätte man jetzt da durchgehen können. Ja, aber... Mo, hast du irgendwas gesehen? Da. Der große Schalter über der Tür. Große Schalter über der Tür? Jetzt hab ich keine Kugel mehr. Ja. Das ist doch richtig erkannt. Dann auf zurück. Runterspringen. Und wir haben ja alle Abfahrt. Mhm. Mhm. Wapp, 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 wapp. Wapp. Oh, da ist das Ding. Okay. Äh. Zweimal. Wapp, wapp. 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 Ah ja, schau mal, einer fehlt noch. Ach, es ist doch noch einer. Ah, ich dachte, es ist der. Ah, lol. Jawohl, ja dann, ich dachte, das ist ja gut. Okay, ja dann muss ich doch noch ein bisschen aktivieren. Kann ich jetzt einfach mich da hoch fliegen? Ja. Würde ich machen. Ja! Okay, es ist gut. Tschüss. Ging jetzt das Tor auf? Ja moin. Soviel zu deinen komischen Steinschen. Ja, ich wette, die Kugel hätte das Tor aktiviert. Ja, aber das kann ich ja jetzt erst jetzt machen. Ich muss von oben rein. Jetzt frag mich bloß, wo die andere Kugel jetzt ist. Auf der anderen Seite. Hm, geh mal hoch. Vielleicht ist die respawn, vielleicht... Welche warten, dass ich runtergehauen habe? Und vor allem... Ne, das ist ja die, die ich runtergehauen habe. Habe ich in die andere gelassen? In die Mitte, ja. Die andere war vorm Tor eigentlich. Ach, jetzt fährt das nicht. Weil ich gedreht habe. Ja, ne, ne, ne. Geh einfach in die Mitte. Ne, ne, ne. Einfach in der Mitte drehen. So, alles klar. Kein Ding. Komm mal in der Mitte zweimal drehen. Ach so, okay. Das bleibt so weit, das hier ist. Ich dachte, das bewegt sich. Ja, ich dachte, das dreht sich jetzt mit. Aber das ist ab, das ist bei mir mit drin. Ich denke, die Kugel ist respawnt, weil die in einem Raum war, wo die nicht hätte sein sollen. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, da ist sie. Die ist mit respawnt, die habe ich da liegen gelassen. Also tatsächlich, das war ja die, die da liegt, das ist die, die ich runtergeschmissen habe. Dann habe ich sie da richtig runtergeschmissen. Und die habe ich mir eben liegen gelassen, wenn du gesagt hast, das ist die hier. Die eine hast du runtergehauen und die war dann auf der falschen Seite der Tür. Ja, das ist die, die da hier habe ich runtergehauen, die ist hier oben durchgefallen. Dann habe ich sie ja sogar richtig runtergehauen. Unbewusst. Das kann sein, ja. Und die habe ich ja dann rübergeschmissen, weil ich mit der Plattform fahren wollte. Also habe ich beide Kugeln richtig bewegt. Ich glaube mal, jetzt anmerken. Genau, ich glaube immer noch, dass man den Ding in Z aktivieren kann. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte, aber sei weiter auf der Hut, ja?